Hätte Gregor nur mit der Schwester sprechen und ihr für alles danken können, was sie für ihn machen mußte, er hätte ihre Dienste leichter ertragen. So aber litt er darunter. Die Schwester suchte freilich, die Peinlichkeit des Ganzen möglichst zu verwischen, und je längere Zeit verging, desto besser gelang es ihr natürlich auch. Aber auch Gregor durchschaute mit der Zeit alles viel genauer. Schon ihr Eintritt war für ihn schrecklich. Kaum war sie eingetreten, lief sie, ohne sich Zeit zu nehmen, die Türe zu schließen, so sehr sie sonst darauf achtete, jedem den Anblick von Gregors Zimmer zu ersparen, geradewegs zum Fenster, und riss es, als er sticke sie fast mit hastigen Händen auf, blieb auch, selbst wenn es noch so kalt war, ein Weilchen beim Fenster und atmete tief. Mit diesem Laufen und Lärmen erschreckte sie Gregor täglich zweimal. Die ganze Zeit über zitterte er unter dem Kanapé und wußte doch sehr gut, dass sie ihn gewiss gerne damit verschont hätte, wenn es ihr nur möglich gewesen wäre, sich in einem Zimmer, in dem sich Gregor befand, bei geschlossenem Fenster aufzuhalten. Einmal, es war wohl schon einen Monat nach Gregors Verwandlung vergangen, und es war doch schon für die Schwester kein besonderer Grund mehr, über Gregors Aussehen in Erstaunen zu geraten, kam sie ein wenig früher als sonst, und traf Gregor noch an, wie er unbeweglich und zu Recht zum Erschrecken aufgestellt aus dem Fenster schaute. Es wäre für Gregor nicht unerwartet gewesen, wenn sie nicht eingetreten wäre, da es sie durch seine Stellung verhinderte, sofort das Fenster zu öffnen, aber sie trat nicht nur nicht ein, sie fuhr sogar zurück und schloss die Tür. Ein Fremder hätte geradezu denken können, Gregor habe ihr aufgelaut und habe sie beißen wollen. Gregor versteckte sich natürlich sofort unter dem Kanapé, aber er mußte bis zum Mittag warten, ehe die Schwester wiederkam, und sie schien viel unruhiger als sonst. Er erkannte daraus, daß ihr sein Anblick noch immer unerträglich war, und die auch weiterhin unerträglich bleiben müsse, und daß sie sich wohl sehr überwinden mußte, vor dem Anblick auch nur der kleinen Partie seines Körpers nicht davonzulaufen, mit der er unter dem Kanapé hervorragte. Um ihr auch diesen Anblick zu ersparen, trug er eines Tages auf seinem Rücken, er brauchte zu dieser Arbeit vier Stunden, das Leintuch auf das Kanapé und ordnete es in einer solchen Weise an, daß er nun gänzlich verdeckt war, und daß die Schwester, selbst wenn sie sich bückte, ihn nicht sehen konnte. Wäre dieses Leintuch ihrer Meinung nach nicht nötig gewesen, dann hätte sie es ja entfernen können, denn daß es nicht zum Vergnügen Gregors gehören konnte, sich so ganz und gar abzusperren, war doch klar genug. Aber sie ließ das Leintuch so, wie es war, und Gregor glaubte sogar, einen dankbaren Blick erhascht zu haben, als er einmal mit dem Kopf vorsichtig das Leintuch ein wenig lüftete, um nachzusehen, wie die Schwester die neue Einrichtung aufnahm. In den ersten vierzehn Tagen konnten es die Eltern nicht über sich bringen, zu ihm hereinzukommen, und er hörte oft, wie sie die jetzige Arbeit der Schwester völlig anerkannten, während sie sich bisher häufig über die Schwester geärgert hatten, weil sie ihnen als ein etwas nutzloses Mädchen erschienen war. Nun aber warteten oft beide, der Vater und die Mutter, vor Gregors Zimmer, während die Schwester dort aufräumte, und kaum war sie herausgekommen, mußte sie ganz genau erzählen, wie es in dem Zimmer aussah, was Gregor gegessen hatte, wie er sich diesmal benommen hatte, und ob vielleicht eine kleine Besserung zu bemerken war. Die Mutter übrigens wollte verhältnismäßig bald Gregor besuchen, aber der Vater und die Schwester hielten sie zuerst mit Vernunftgründen zurück, denen Gregor sehr aufmerksam zuhörte, und die er vollständig billigte. Später aber mußte man sie mit Gewalt zurückhalten, und wenn sie dann rief, »Lasst mich doch zu Gregor, er ist ja mein unglücklicher Sohn, begreift ihr es denn nicht, daß ich zu ihm muß?«, dann dachte Gregor, daß es vielleicht doch gut wäre, wenn die Mutter hereinkäme. Nicht jeden Tag natürlich, aber vielleicht einmal in der Woche. Sie verstand doch alles viel besser als die Schwester, die trotz all ihrer Mute doch nur ein Kind war, und im letzten Grunde vielleicht nur aus kindlichem Leichtsinn. Der Wunsch Gregors, die Mutter zu sehen, ging bald in Erfüllung. Während des Tages wollte Gregor schon aus Rücksicht auf seine Eltern sich nicht beim Fenster zeigen, kriechen konnte er aber auf den paar Quadratmetern des Fußbodens auch nicht viel. Das ruhige Liegen ertrug er schon während der Nacht schwer, das Essen machte ihm bald nicht mehr das geringste Vergnügen, und so nahm er zur Zerstreuung die Gewohnheit an, kreuz und quer über Wände und Plafond zu kriechen. Besonders oben auf der Decke hing er gern. Es war ganz anders als das Liegen auf dem Fußboden. Man atmete freier. Ein leichtes Schwingen ging durch den Körper, und in der fast glücklichen Zerstreutheit, in der sich Gregor dort oben befand, konnte es geschehen, dass er zu seiner eigenen Überraschung sich losließ und auf den Boden klatschte. Aber nun hatte er natürlich seinen Körper ganz anders in der Gewalt als früher, und beschädigte sich selbst bei einem so großen Fall nicht. Die Schwester nun bemerkte sofort die neue Unterhaltung, die Gregor für sich gefunden hatte. Er hinterließ ja auch beim Kriechen hier und da Spuren seines Klebstoffes. Und da setzte sie sich in den Kopf, Gregor das Kriechen in größtem Ausmaße zu ermöglichen, und die Möbel, die es verhinderten, also vor allem den Kasten und den Schreibtisch wegzuschaffen. Nun war sie aber nicht imstande, dies allein zu tun. Den Vater wagte sie nicht, um Hilfe zu bitten. Das Dienstmädchen hätte ihr ganz gewiß nicht geholfen, denn dieses etwa sechzehnjährige Mädchen harrte zwar tapfer seit Entlassung der früheren Köching aus, hatte aber um die Vergünstigung gebeten, die Küche unaufhörlich versperrt halten zu dürfen und nur auf besonderen Anruf öffnen zu müssen. So blieb der Schwester also nichts übrig, als einmal in Abwesenheit des Vaters die Mutter zu holen. Mit Ausrufen erregter Freude kam die Mutter auch heran, verstummte aber an der Tür vor Gregors Zimmer. Zuerst sah natürlich die Schwester nach, ob alles im Zimmer in Ordnung war, dann erst ließ sie die Mutter eintreten. Gregor hatte in größter Eile das Leintuch noch tiefer und mehr in Falten gezogen. Das Ganze sah wirklich nur wie ein zufällig über das Kanapé geworfenes Leintuch aus. Gregor unterließ auch diesmal unter dem Leintuch zu spionieren. Er verzichtete darauf, die Mutter schon diesmal zu sehen und war nur froh, dass sie nun doch gekommen war. »Komm nur, man sieht ihn nicht«, sagte die Schwester. Und offenbar führte sie die Mutter an der Hand. Gregor hörte nun, wie die zwei schwachen Frauen den immerhin schweren alten Kasten von seinem Platz rückten und wie die Schwester immerfort den größten Teil der Arbeit für sich beanspruchte, ohne auf die Warnungen der Mutter zu hören, welche fürchtete, dass sie sich überanstrengen werde. Es dauerte sehr lange. Wohl nach schon viertelstündiger Arbeit sagte die Mutter, man solle den Kasten doch lieber hier lassen, denn erstens sei er zu schwer, sie würden vor Ankunft des Vaters nicht fertig werden, und mit dem Kasten in der Mitte des Zimmers Gregor jeden Weg verrammeln. Zweitens, aber sei es doch gar nicht sicher, dass Gregor mit der Entfernung der Möbel ein Gefallen geschehe. Ihr scheine das Gegenteil der Fall zu sein. Ihr bedrücke der Anblick der leeren Wand geradezu das Herz, und warum solle nicht auch Gregor diese Empfindung haben, da er doch an die Zimmermöbel längst gewöhnt sei und sich deshalb im leeren Zimmer verlassen fühlen werde. »Und ist es dann nicht so?« schloß die Mutter ganz leise, wie sie überhaupt fast flüsterte, als wolle sie vermeiden, dass Gregor, dessen genauen Aufenthalt sie ja nicht kannte, auch nur den Klang der Stimme höre, denn, daß er die Worte nicht verstand, davon war sie überzeugt. »Und ist es nicht so, als ob wir durch die Entfernung der Möbel zeigten, daß wir jede Hoffnung auf Besserung aufgeben und den rücksichtslos sich selbst überlassen? Ich glaube, es wäre das Beste, wir suchen das Zimmer genau in dem Zustand zu erhalten, in dem es früher war, damit Gregor, wenn er wieder zu uns zurückkommt, alles unverändert findet und umso leichter die Zwischenzeit vergessen kann.« Beim Anhören dieser Worte der Mutter erkannte Gregor, dass der Mangel jeder unmittelbaren menschlichen Ansprache, verbunden mit dem einförmigen Leben inmitten der Familie, im Laufe dieser zwei Monate seinen Verstand hatte, verwirren müssen. Denn anders konnte er es sich nicht erklären, daß er ernsthaft danach hatte verlangen können, daß sein Zimmer ausgeleert würde. Hatte er wirklich Lust, das warme, mit ererbten Möbeln gemütlich ausgestattete Zimmer in eine Höhle verwandeln zu lassen, in der er dann freilich nach allen Richtungen ungestört würde kriechen können, jedoch auch unter gleichzeitigem, schnellem, gänzlichen Vergessen seiner menschlichen Vergangenheit? War er doch jetzt schon nahe dran zu vergessen, und nur die seit langem nicht gehörte Stimme der Mutter hatte ihn aufgerüttelt. Nichts sollte entfernt werden, alles mußte bleiben, die guten Einwirkungen der Möbel auf seinen Zustand konnte er nicht entbehren, und wenn die Möbel ihn hinderten, das sinnlose Herumkriechen zu betreiben, so war es kein Schaden, sondern ein großer Vorteil. Aber die Schwester war leider anderer Meinung. Sie hatte sich, allerdings nicht ganz unberechtigt, angewöhnt, bei Besprechung der Angelegenheiten Gregors als besonders Sachverständige gegenüber den Eltern aufzutreten, und so war auch jetzt der Rat der Mutter für die Schwester Grund genug, auf der Entfernung nicht nur des Kastens und des Schreibtisches, an die sie zuerst allein gedacht hatte, sondern auf der Entfernung sämtlicher Möbel, mit Ausnahme des unentbehrlichen Kanapés, zu bestehen. Es war natürlich nicht nur kindlicher Trotz, und das in letzter Zeit so unerwartet und schwer erworbene Selbstvertrauen, das sie zu dieser Forderung bestimmte. Sie hatte doch auch tatsächlich beobachtet, daß Gregor viel Raum zum Kriechen brauchte, dagegen die Möbel, soweit man sehen konnte, nicht im geringsten benützte, vielleicht aber spielte auch der schwärmerische Sinn der Mädchen ihres Alters mit, der bei jeder Gelegenheit seine Befriedigung sucht, und durch den Grete jetzt sich dazu verlocken ließ, die Lage Gregors noch schreckenerregender machen zu wollen, um dann noch mehr als bis jetzt für ihn leisten zu können. Denn in einem Raum, in dem Gregor ganz allein die leeren Wände beherrschte, würde wohl kein Mensch außer Krete jemals einzutreten, sich getrauen. Und so ließ sie sich von ihrem Entschluss durch die Mutter nicht abbringen, die auch in diesem Zimmer vor lauter Unruhe unsicher schien, bald verstummte, und der Schwester nach Kräften beim Hinausschaffen des Kastens half. Nun, den Kasten konnte Gregor im Notfall noch entbehren, aber schon der Schreibtisch mußte bleiben. Und kaum hatten die Frauen mit dem Kasten, an den sie sich ächzend drückten, das Zimmer verlassen, als Gregor den Kopf unter dem Kanapä hervorstieß, um zu sehen, wie er vorsichtig und möglichst rücksichtsvoll eingreifen könnte. Aber zum Unglück war es gerade die Mutter, welche zuerst zurückkehrte, während Grete im Nebenzimmer den Kasten umfangen hielt und ihn allein hin und her schwang, ohne ihn natürlich von der Stelle zu bringen. Die Mutter aber war Gregors Anblick nicht gewöhnt. Er hätte sie krank machen können. Und so eilte Gregor erschrocken im Rückwärtslauf bis an das andere Ende des Kanapés, konnte es aber nicht mehr verhindern, dass das Leintuch vorne ein wenig sich bewegte. Das genügte, um die Mutter aufmerksam zu machen. Sie stockte, stand einen Augenblick still und ging dann zu Grete zurück. Trotzdem sich Gregor immer wieder sagte, dass hier nichts Außergewöhnliches geschehe, sondern nur ein paar Möbel umgestellt würden, wirkte doch, wie er sich bald eingestehen mußte, dieses Hin- und Hergehen der Frauen, ihre kleinen Zurufe, das Kratzen der Möbel auf dem Boden, wie ein großer, von allen Seiten genährter Trubel auf ihn. Und er mußte sich, so fest der Kopf und Beine an sich zog und den Leib bis an den Boden drückte, unweigerlich sagen, dass er das Ganze nicht lange aushalten werde. Sie räumten ihm sein Zimmer aus, nahmen ihm alles, was ihm lieb war. Den Kasten, in dem die Laubsäge und andere Werkzeuge lagen, hatten sie schon hinausgetragen, lockerten jetzt den schon im Boden fest eingegrabenen Schreibtisch, an dem er als Handelsakademiker, als Bürgerschüler, ja schon als Volksschüler seine Aufgaben geschrieben hatte. Da hatte er wirklich keine Zeit mehr, die guten Absichten zu prüfen, welche die zwei Frauen hatten, deren Existenz er übrigens fast vergessen hatte. Denn vor Erschöpfung arbeiteten sie schon stumm, und man hörte nur das schwere Tappen ihrer Füße. Und so brach er denn hervor. Die Frauen stützten sich gerade im Nebenzimmer an den Schreibtisch, um ein wenig zu verschnaufen, wechselte viermal die Richtung des Laufes, er wusste wirklich nicht, was er zuerst retten sollte, da sah er an der im Übrigen schon leeren Wand auffallend das Bild, der in lauter Pelzwerke kleideten Dame hängen, kroch eilends hinauf und presste sich an das Glas, das ihn festhielt und seinem heißen Bauch wohltat. Dieses Bild wenigstens, das Grigor jetzt ganz verdeckte, würde nun gewiss niemand wegnehmen. Er verdrehte den Kopf nach der Tür des Wohnzimmers, um die Frauen bei ihrer Rückkehr zu beobachten. Sie hatten sich nicht viel Ruhe gegönnt und kamen schon wieder. Grete hatte den Arm um die Mutter gelegt und trug sie fast. »Also, was nehmen wir jetzt?« sagte Grete und sah sich um. Da kreuzten sich ihre Blicke mit denen Grigor's an der Wand. Wohl nur infolge der Gegenwart der Mutter behielt sie ihre Fassung, beugte ihr Gesicht zur Mutter, um diese vom Herumschauen abzuhalten, und sagte, allerdings zitternd und unüberlegt, »Komm, wollen wir nicht lieber auf einen Augenblick noch ins Wohnzimmer zurückgehen?« Die Absicht Gretes war für Grigor klar. Sie wollte die Mutter in Sicherheit bringen und dann ihn von der Wand hinunterjagen. Nun, sie konnte es ja immerhin versuchen. Er saß auf seinem Bild und gab es nicht her. Lieber würde er Grete ins Gesicht springen. Aber Gretes Worte hatten die Mutter erst recht beunruhigt. Sie trat zur Seite, erblickte den riesigen braunen Fleck auf der geblümten Tapete, rief, ehe ihr eigentlich zum Bewusstsein kam, dass das Grigor war, was sie sah, mit schreiender, rauer Stimme, »Ach Gott, ach Gott!«, und fiel mit ausgebreiteten Armen, als gebe sie alles auf über das Kanapé hin und rührte sich nicht. »Du, Grigor!«, rief die Schwester mit erhobener Faust und eindringlichen Blicken. Es waren seit der Verwandlung die ersten Worte, die sie unmittelbar an ihn gerichtet hatte. Sie lief ins Nebenzimmer, um irgendeine Essenz zu holen, mit der sie die Mutter aus ihrer Ohnmacht wecken könnte. Grigor wollte auch helfen, zur Rettung des Bildes war noch Zeit. Er klebte aber fest an dem Glas und mußte sich mit Gewalt losreißen. Er lief dann auch ins Nebenzimmer, als könne er der Schwester irgendeinen Rat geben, wie in früherer Zeit, mußte dann aber untätig hinter ihr stehen. Während sie in verschiedenen Fläschchen kramte, erschreckte sie noch, als sie sich umdrehte, eine Flasche fiel auf den Boden und zerbrach. Ein Splitter verletzte Grigor im Gesicht. Irgendeine ätzende Medizin umfloß ihn. Grete nahm nun, ohne sich länger aufzuhalten, so viel Fläschchen, als sie nur halten konnte, und rannte mit ihnen zur Mutter hinein. Die Tür schlug sie mit dem Fuße zu. Grigor war nun von der Mutter abgeschlossen, die durch seine Schuld vielleicht im Tode nahe war. Die Tür durfte er nicht öffnen. Wollte er die Schwester, die bei der Mutter bleiben, mußte nicht verjagen. Er hatte jetzt nichts zu tun, als zu warten. Und von Selbstvorwürfen und Besorgnis bedrängt, begann er zu kriechen, überkroch alles, Wände, Möbel und Zimmerdecke, und fiel endlich in seiner Verzweiflung, als sich das ganze Zimmer schon um ihn zu drehen anfing, mitten auf den großen Tisch. Es verging eine kleine Weile. Grigor lag matt da. Ringsherum war es still. Vielleicht war das ein gutes Zeichen. Da läutete er es. Das Mädchen war natürlich in ihrer Küche eingesperrt, und Gräte mußte daher öffnen gehen. Der Vater war gekommen. »Was ist geschehen?« waren seine ersten Worte. Gretes Aussehen hatte ihm wohl alles verraten. Gräte antwortete mit dumpfer Stimme. Offenbar drückte sie ihr Gesicht an des Vaters Brust. »Die Mutter war ohnmächtig. Aber es geht ihr schon besser. Gregor ist ausgebrochen. Ich habe es ja erwartet,« sagte der Vater. »Ich habe es euch ja immer gesagt. Aber ihr Frauen wollt nicht hören.« Gregor war es klar, daß der Vater Gretes allzu kurze Mitteilung schlecht gedeutet hatte und annahm, daß Gregor sich irgendeine Gewalttat habe zu Schulden kommen lassen. Deshalb mußte Gregor den Vater jetzt zu besänftigen suchen, denn ihn aufzuklären hatte er weder Zeit noch Möglichkeit. Und so flüchtete er sich zur Tür seines Zimmers und drückte sie an sich, damit der Vater beim Eintritt vom Vorzimmer her gleich sehen könne, daß Gregor die beste Absicht habe, sofort in sein Zimmer zurückzukehren und daß es nicht nötig sei, ihn zurückzutreiben, sondern daß man nur die Tür zu öffnen brauche, und gleich wird er verschwinden. Aber der Vater war nicht in der Stimmung, solche Feinheiten zu bemerken. »Aah!« rief er gleich beim Eintritt in einem Tone, als sei er gleichzeitig wütend und froh. Gregor zog den Kopf von der Tür zurück und hob ihn gegen den Vater. So hatte er sich den Vater wirklich nicht vorgestellt, wie er jetzt dastand. Allerdings hatte er in der letzten Zeit über dem neuartigen Herumkriechen versäumt, sich so wie früher um die Vorgänge in der übrigen Wohnung zu kümmern, und hätte eigentlich darauf gefasst sein müssen, veränderte Verhältnisse anzutreffen. Trotzdem, trotzdem, war das noch der Vater? Der gleiche Mann, der müde im Bett vergraben lag, wenn früher Gregor zu einer Geschäftsreise ausgerückt war, der ihn an Abenden der Heimkehr im Schlafrock im Lehnstuhl empfangen hatte, gar nicht recht imstande war, aufzustehen, sondern zum Zeichen der Freude nur die Arme gehoben hatte, und der bei den seltenen gemeinsamen Spaziergängen an ein paar Sonntagen im Jahr und an den höchsten Feiertagen zwischen Gregor und der Mutter, die schon an und für sich langsam gingen, immer noch ein wenig langsamer, in seinen alten Mantel eingepackt, mit stets vorsichtig aufgesetztem Krückstock sich vorwärts arbeitete, und wenn er etwas sagen wollte, fast immer stillstand und seine Begleitung um sich versammelte. Nun aber war er recht gut aufgerichtet, in eine straffe blaue Uniform mit Goldknöpfen gekleidet, wie sie Diener der Bankinstitute tragen. Über dem hohen, steifen Kragen des Rockes entwickelte sich sein starkes Doppelkinn. Unter den buschigen Augenbrauen drang der Blick der schwarzen Augen frisch und aufmerksam hervor. Das sonst zerzauste weiße Haar war zu einer peinlich genauen, leuchtenden Scheitelfrisur niedergekämmt. Er warf seine Mütze, auf deren Goldmonogramm wahrscheinlich das einer Bank angebracht war, über das ganze Zimmer im Bogen auf das Kanapé hin und ging, die Enden seines langen Uniformrockes zurückgeschlagen, die Hände in den Hosentaschen mit verbissenem Gesicht auf Gregor zu. Er wußte wohl selbst nicht, was er vorhatte. Immerhin hob er die Füße ungewöhnlich hoch, und Gregor staunte über die Riesengröße seiner Stiefelsohlen. Doch hielt er sich dabei nicht auf. Er wußte ja noch vom ersten Tage seines neuen Lebens her, dass der Vater ihm gegenüber nur die größte Stränge für angebracht ansah. Und so lief er vor dem Vater her, stockte, wenn der Vater stehen blieb, und eilte schon wieder vorwärts, wenn sich der Vater nur rührte. So machten sie mehrmals die Runde um das Zimmer, ohne dass sich etwas Entscheidendes ereignete. Ja, ohne dass das Ganze infolge seines langsamen Tempos den Anschein einer Verfolgung gehabt hätte. Deshalb blieb auch Gregor vorläufig auf dem Fußboden, zumal er fürchtete, der Vater könnte eine Flucht auf die Wände oder den Plafond für besondere Bosheit halten. Allerdings mußte sich Gregor sagen, daß er sogar dieses Laufen nicht lange aushalten würde, denn während der Vater einen Schritt machte, mußte er eine Unzahl von Bewegungen ausführen. Atemnot begann sich schon bemerkbar zu machen, wie er auch in seiner früheren Zeit keine ganz vertrauenswürdige Lunge besessen hatte. Als er nun so dahintorkelte, um alle Kräft für den Lauf zu sammeln, kaum die Augen offen hielt, in seiner Stumpfheit an eine andere Rettung ganz durchlaufen gar nicht dachte und fast schon vergessen hatte, daß er ihm die Wände freistanden, die hier allerdings mit sorgfältig geschnitzten Möbeln voll Zacken und Spitzen verstellt waren, da flog knapp neben ihm, leicht geschleudert irgendetwas nieder und rollte vor ihm her. Es war ein Apfel. Gleich flog ihm ein Zweiter nach. Gregor blieb vor Schrecken stehen, ein Weiterlaufen war nutzlos, denn der Vater hatte sich entschlossen, ihn zu bombardieren. Aus der Obstschale auf der Kredenz hatte er sich die Taschen gefüllt und warf nun, ohne vorläufig scharf zu zielen, Apfel für Apfel. Diese kleinen roten Äpfel rollten wie elektrisiert auf dem Boden herum und stießen aneinander. Ein schwach geworfener Apfel streifte Gregors Rücken, glitt aber unschädlich ab. Ein ihm sofort nachfliegender drang dagegen förmlich in Gregors Rücken ein. Gregor wollte sich weiterschleppen, als könne der überraschende, unglaubliche Schmerz mit dem Ortswechsel vergehen. Doch fühlte er sich wie festgenagelt und streckte sich in vollständiger Verwirrung aller Sinne. Nur mit dem letzten Blick sah er noch, wie die Tür seines Zimmers aufgerissen wurde und vor der schreienden Schwester die Mutter hervoreilte, im Hemd, denn die Schwester hatte sie entkleidet, um ihr in der Ohnmacht Atemfreiheit zu verschaffen. Wie dann die Mutter auf den Vater zulief und ihr auf dem Weg die aufgebundenen Röcke eine nach dem anderen zu Boden glitten und wie sie stolpernd über die Röcke auf den Vater eindrang und ihn umarmend in gänzlicher Vereinigung mit ihm, nun versagte aber Gregors Sehkraft schon, die Hände an des Vaters Hinterkopf, um Schonung von Gregors Leben bat. Die schwere Verwundung Gregors, an der er über einen Monat litt, der Apfel blieb, da ihn niemand zu entfernen wagte als sichtbares Andenken im Fleische sitzen, schien selbst den Vater daran erinnert zu haben, dass Gregor trotz seiner gegenwärtigen, traurigen und ekelhaften Gestalt ein Familienmitglied war, das man nicht wie einen Feind behandeln durfte, sondern demgegenüber es das Gebot der Familienpflicht war, den Widerwillen hinunterzuschlucken und zu dulden, nichts als zu dulden. Und wenn nun auch Gregor durch seine Wunde an Beweglichkeit wahrscheinlich für immer verloren hatte und vorläufig zur Durchquerung seines Zimmers wie ein alter Invalide lange, lange Minuten brauchte, an das Kriechen in der Höhe war nicht zu denken, so bekam er für diese Verschlimmerung seines Zustandes einen seiner Meinung nach vollständig genügenden Ersatz dadurch, dass immer gegen Abend die Wohnzimmertür, die er schon ein bis zwei Stunden vorher scharf zu beobachten pflegte, geöffnet wurde, so daß er, im Dunkel seines Zimmers liegend, vom Wohnzimmer aus unsichtbar, die ganze Familie beim beleuchteten Tische sehen und ihre Reden gewissermaßen mit allgemeiner Erlaubnis, also ganz anders als früher, anhören durfte. Freilich waren es nicht mehr die lebhaften Unterhaltungen der früheren Zeiten, an die Gregor in den kleinen Hotelzimmern stets mit einigem Verlangen gedacht hatte, wenn er sich müde in das feuchte Bettzeug hatte werfen müssen. Es ging jetzt meist nur sehr still zu. Der Vater schlief bald nach dem Nachtessen in seinem Sessel ein. Die Mutter und Schwester ermahnten einander zur Stille, die Mutter nähte, weit unter das Licht vorgebeugt, feine Wäsche für ein Modengeschäft. Die Schwester, die eine Stellung als Verkäuferin angenommen hatte, lernte am Abend Stenografie und Französisch, um vielleicht später einmal einen besseren Posten zu erreichen. Manchmal wachte der Vater auf und als wisse er gar nicht, dass er geschlafen habe, sagte er zur Mutter, »Wie lange du heute schon wieder nähst?« und schlief sofort wieder ein, während Mutter und Schwester einander müde zulächerten. Mit einer Art Eigensinn weigerte sich der Vater auch zu Hause, seine Dieneruniform abzulegen. Und während der Schlafrock nutzlos im Kleidehaken hing, schlummerte der Vater vollständig angezogen auf seinem Platz, als sei er immer zu seinem Dienste bereit und warte auch hier auf die Stimme des Vorgesetzten. Denn infolgedessen verlor die gleich anfangs nicht neue Uniform, trotz aller Sorgfalt von Mutter und Schwester, an Reinlichkeit. Und Gregor sah oft ganze Abende lang auf dieses über- und überfleckige, mit seinen stets geputzten Goldknöpfen leuchtende Kleid, in dem der alte Mann höchst unbequem und doch ruhig schlief. Sobald die Uhr zehn schlug, suchte die Mutter durch leise Zusprache den Vater zu wecken und dann zu überreden und ins Bett zu gehen, denn hier war es doch kein richtiger Schlaf. Und diesen hatte der Vater, der um sechs Uhr seinen Dienst antreten mußte, äußerst nötig. Aber in dem Eigensinn, der ihn, seitdem er Diener war, ergriffen hatte, bestand er immer darauf, noch länger bei Tisch zu bleiben, trotzdem er regelmäßig einschlief und war dann überdies nur mit der größten Mühe zu bewegen, den Sessel mit dem Bett zu vertauschen. Da mochten Mutter und Schwester mit kleinen Ermahnungen noch so sehr auf ihn eindringen. Viertelstundenlang schüttelte er langsam den Kopf, hielt die Augen geschlossen und stand nicht auf. Die Mutter zupfte ihn am Ärmel, sagte ihm Schweichelworte ins Ohr. Die Schwester verließ ihre Aufgabe, um der Mutter zu helfen, aber beim Vater verfing das nicht. Er versank nur noch tiefer in seinen Sessel. Erst bis ihn die Frauen unter den Achseln fassten, schlug er die Augen auf, sah abwechselnd die Mutter und die Schwester an und pflegte zu sagen, »Das ist dein Leben! Das ist die Ruhe meiner alten Tage!« Und auf die beiden Frauen gestützt, erhob er sich umständlich, als sei er für sich selbst die größte Last, ließ sich von den Frauen bis zur Türe führen, winkte ihnen dort ab und ging nun selbstständig weiter. Während die Mutter ihr Nährzeug die Schwester ihre Feder eiligst hinwarfen, um hinter dem Vater zu laufen und ihm weiter behilflich zu sein. Wer hatte in dieser abgearbeiteten und übermüdeten Familie Zeit, sich um Gregor mehr zu kümmern, als unbedingt nötig war? Der Haushalt wurde immer mehr eingeschränkt. Das Dienstmädchen wurde nun doch entlassen. Eine riesige, knochige Bedienerin mit weißem, den Kopf umflatternden Haar kam des Morgens und des Abends, um die schwerste Arbeit zu leisten. Alles andere besorgte die Mutter neben ihrer vielen Näharbeit. Es geschah sogar, dass verschiedene Familienschmuckstücke, welche früher die Mutter und die Schwester überglücklich bei Unterhaltungen und Feierlichkeiten getragen hatten, verkauft wurden, wie Gregor am Abend aus der allgemeinen Besprechung der erzielten Preise erfuhr. Die größte Klage aber war stets, dass man diese für die gegenwärtigen Verhältnisse allzu große Wohnung nicht verlassen konnte, da es nicht auszudenken war, wie man Gregor übersiedeln sollte. Aber Gregor sah wohl ein, dass es nicht nur die Rücksicht auf ihn war, welche eine Übersiedlung verhinderte, denn ihn hätte man doch in einer passenden Kiste mit ein paar Luftlöchern leicht transportieren können. Was die Familie hauptsächlich vom Wohnungswechsel abhielt, war vielmehr die völlige Hoffnungslosigkeit und der Gedanke daran, dass sie mit einem Unglück geschlagen war, wie niemand sonst, im ganzen Verwandten und Bekanntenkreis. Was die Welt von armen Leuten verlangt, erfüllten sie bis zum Äußersten. Der Vater holte den kleinen Bankbeamten das Frühstück und die Mutter opferte sich für die Wäsche fremder Leute. Die Schwester lief nach dem Befehl der Kunden hinter dem Pulte hin und her, aber weiter reichten die Kräfte der Familie schon nicht. Und die Wunde im Rücken fing Gregor wie neu zu Schmerzen an, wenn Mutter und Schwester, nachdem sie den Vater zu Bett gebracht hatten, nun zurückkehrten, die Arbeit liegen ließen, nahe zusammenrückten, schon Wange an Wange saßen. Wenn jetzt die Mutter auf Gregors Zimmer zeigend sagte, »Mach dort die Tür zu, krähte«, und wenn nun Gregor wieder im Dunkel war, während nebenan die Frauen ihre Tränen vermischten oder gar tränenlos den Tisch anstarrten. Die Nächte und Tage verbrachte Gregor fast ganz ohne Schlaf. Manchmal dachte er daran, beim nächsten Öffnen der Tür die Angelegenheiten der Familie ganz so wie früher wieder in die Hand zu nehmen. In seinen Gedanken erschienen wieder nach langer Zeit der Chef und der Prokurist, die Kommiss und die Lehrjungen, der so begriffsstutzige Hausknecht, zwei, drei Freunde aus anderen Geschäften, ein Stubenmädchen aus einem Hotel in der Provinz, eine liebeflüchtige Erinnerung, eine Kassiererin aus einem Hutgeschäft, um die er sich ernsthaft, aber zu langsam beworben hatte. Sie alle erschienen untermischt mit Fremden oder schon Vergessenen, aber statt ihm und seiner Familie zu helfen, waren sie sämtlich unzugänglich und er war froh, wenn sie verschwanden. Dann aber war er wieder gar nicht in der Laune, sich um seine Familie zu sorgen. Bloß Wut über die schlechte Wartung erfüllte ihn und trotzdem er sich nichts vorstellen konnte, worauf er Appetit gehabt hätte, machte er doch Pläne, wie er in die Speisekammer gelangen könnte, um dort zu nehmen, was ihm, auch wenn er keinen Hunger hatte, immerhin gebührte. Ohne jetzt mehr nachzudenken, womit man Gregor einen besonderen Gefallen machen könnte, schob die Schwester eiligst, ehe sie morgens und mittags ins Geschäft lief, mit dem Fuß irgendeine beliebige Speise in Gregors Zimmer hinein, um sie am Abend gleichgültig dagegen, ob die Speise vielleicht nur verkostet oder der häufigste Fall gänzlich unberührt war, mit einem Schwenken des Besens hinauszukehren. Das Aufräumen des Zimmers, das sie nun immer abends besorgte, konnte gar nicht mehr schneller getan sein. Schmutzstreifen zogen sich die Wände entlang, hier und da lagen Knäuel von Staub und Unrat. In der ersten Zeit stellte sich Gregor bei der Ankunft der Schwester in derartige besonders bezeichnende Winkel, um ihr durch diese Stellung gewissermaßen einen Vorwurf zu machen. Aber er hätte wohl wochenlang dort bleiben können, ohne dass die Schwester sich gebessert hätte. Sie sah ja nur den Schmutz, genauso wie er, aber sie hatte sich eben entschlossen, ihn zu lassen. Dabei wachte sie mit einer an ihr ganz neuen Empfindlichkeit, die überhaupt die ganze Familie ergriffen hatte darüber, dass das Aufräumen von Gregors Zimmer ihr vorbehalten blieb. Einmal hatte die Mutter Gregors Zimmer einer großen Reinigung unterzogen, die ihr nur nach Verbrauch einiger Kübel Wasser gelungen war. Die viele Feuchtigkeit kränkte allerdings Gregor auch und er lag breit, verbittert und unbeweglich auf dem Kanapé. Aber die Strafe blieb für die Mutter nicht aus. Denn kaum hatte am Abend die Schwester die Veränderung in Gregors Zimmer bemerkt, als sie aufs Höchste beleidigt ins Wohnzimmer lief und, trotz der beschwörend erhobenen Hände der Mutter, in einen Weinkrampf ausbrach, dem die Eltern, der Vater war natürlich aus seinem Sessel aufgeschreckt worden, zuerst erstaunt und hilflos zusagen, bis auch sie sich zu rühren anfingen. Der Vater rechts der Mutter Vorwürfe machte, dass sie Gregors Zimmer nicht der Schwester zur Reinigung überließ, links daneben die Schwester anschrie, sie werde niemals mehr Gregors Zimmer reinigen dürfen, während die Mutter den Vater, der sich vor Erregung nicht mehr kannte, ins Schlafzimmer zu schleppen suchte, die Schwester von Schluchzen geschüttelt mit ihren kleinen Fäusten den Tisch bearbeitete und Gregor laut vor Wut darüber zischte, dass es keinem einfiel, die Tür zu schließen und ihm diesen Anblick und Lärm zu ersparen. Aber selbst wenn die Schwester, erschöpft von ihrer Berufsarbeit, dessen überdrüssig geworden war, für Gregor wie früher zu sorgen, so hätte noch keineswegs die Mutter für sie eintreten müssen und Gregor hätte doch nicht vernachlässigt werden brauchen. Denn nun war die Bedienerin da. Diese alte Witwe, die in ihrem langen Leben mit Hilfe eines starken Knochenbaus das Ärgste überstanden haben mochte, hatte keinen eigentlichen Abscheu vor Gregor. Ohne irgendwie neugierig zu sein, hatte sie zufällig einmal die Tür von Gregors Zimmer aufgemacht und war im Anblick Gregors, der gänzlich überrascht trotzdem ihn niemand jagte, hin und her zu laufen begann, die Hände im Schoß gefaltet und staunend stehen geblieben. Seitdem versäumte sie nicht, stets flüchtig morgens und abends die Tür ein wenig zu öffnen und zu Gregor hineinzuschauen. Anfangs rief sie ihn auch zu sich herbei, mit Worten, die sie wahrscheinlich für freundlich hielt, wie »Komm mal herüber, alter Mistkäfer« oder »Seht mal den alten Mistkäfer«, auf solche Ansprachen antwortete Gregor mit nichts, sondern blieb unbeweglich auf seinem Platz, sei die Tür gar nicht geöffnet worden. Hätte man doch dieser Bedienerin, statt sie nach ihrer Laune, ihn nutzlos stören zu lassen, lieber den Befehl gegeben, sein Zimmer täglich zu reinigen. Einmal am frühen Morgen, ein heftiger Regen, vielleicht schon ein Zeichen des kommenden Frühlings schlug an die Scheiben, war Gregor, als die Bedienerin mit ihren Redensarten wieder begann, derartig erbittert, daß er wie zum Angriff, allerdings langsam und hinfällig sich gegen sie wendete. Die Bedienerin aber, statt sich zu fürchten, hob bloß einen in der Nähe der Tür befindlichen Stuhl hoch empor, und wie sie mit groß geöffnetem Munde dastand, war ihre Absicht klar, den Mund erst zu schließen, wenn der Sessel in ihrer Hand auf Gregors Rücken niederschlagen würde. »Also weiter geht es nicht?« fragte sie, als Gregor sich wieder umdrehte und stellte den Sessel ruhig in die Ecke zurück. Gregor aß nun fast gar nichts mehr. Nur wenn er zufällig an der vorbereiteten Speise vorüberkam, nahm er zum Spiel einen Bissen in den Mund, hielt ihn dort stundenlang und spie ihn dann meist wieder aus. Zuerst dachte er, es sei die Trauer über den Zustand seines Zimmers, die ihn vom Essen abhalte, aber gerade mit den Veränderungen des Zimmers söhnte er sich sehr bald aus. Man hatte sich angewöhnt, Dinge, die man anderswo nicht unterbringen konnte, in dieses Zimmer hineinzustellen, und solcher Dinge gab es nun viele, da man ein Zimmer der Wohnung an drei Zimmerherren vermietet hatte. Diese ernsten Herren, alle drei hatten Vollbärte, wie Gregor einmal durch eine Türspalte feststellte, waren peinlich auf Ordnung, nicht nur in ihrem Zimmer, sondern, da sie sich nun einmal hier eingemietet hatten, in der ganzen Wirtschaft, also insbesondere in der Küche bedacht. Unnützen oder gar schmutzigen Kramer trugen sie nicht. Überdies hatten sie zum größten Teil ihre eigenen Einrichtungsstücke mitgebracht. Aus diesem Grunde waren viele Dinge überflüssig geworden, die zwar nicht verkäuflich waren, die man aber auch nicht wegwerfen wollte. Alle diese wanderten in Gregors Zimmer. Ebenso auch die Aschenkiste und die Abfallkiste aus der Küche. Was nur im Augenblick unbrauchbar war, schleuderte die Bedienerin, die es immer sehr eilig hatte, einfach in Gregors Zimmer. Gregor sah glücklicherweise meist nur den betreffenden Gegenstand und die Hand, die ihn hielt. Die Bedienerin hatte vielleicht die Absicht, bei Zeit und Gelegenheit die Dinge wiederzuholen oder alle insgesamt mit einem Mal hinauszuwerfen, tatsächlich aber blieben sie dort liegen, wohin sie durch den ersten Wurf gekommen waren, wenn nicht Gregor sich durch das Rumpelzeug wand und es in Bewegung brachte, zuerst gezwungen, weil kein sonstiger Platz zum Kriechen frei war, später aber mit wachsendem Vergnügen, obwohl er nach solchen Wanderungen zum Sterben müde und traurig, wieder stundenlang sich nicht rührte. Da die Zimmerherren manchmal auch ihr Abendessen zu Hause im gemeinsamen Wohnzimmer einnahmen, blieb die Wohnzimmertür an manchen Abenden geschlossen. Aber Gregor verzichtete ganz leicht auf das Öffnen der Tür, hatte er doch schon mancher Abende, an denen sie geöffnet war, nicht ausgenützt, sondern war, ohne dass es die Familie merkte, im dunkelsten Winkel seines Zimmers gelegen. Einmal aber hatte die Bedienerin die Tür zum Wohnzimmer ein wenig offen gelassen, und sie blieb so offen, auch als die Zimmerherren am Abend eintraten und Licht gemacht wurde. Sie setzten sich oben an den Tisch, wo in früheren Zeiten der Vater die Mutter und Gregor gesessen hatten, entfalteten die Servietten und nahmen Messer und Gabel in die Hand. Sofort verschien in der Tür die Mutter mit einer Schüssel Fleisch und knapp hinter ihr die Schwester mit einer Schüssel hochgeschichtet Törkartoffeln. Das Essen dampfte mit starkem Rauch. Die Zimmerherren beugten sich über die vor sie hingestellten Schüsseln, als wollten sie sie vor dem Essen prüfen, und tatsächlich zerschnitt der, welcher in der Mitte saß und den anderen zwei als Autorität zu gelten, schien ein Stück Fleisch noch auf der Schüssel, offenbar um festzustellen, ob es mürbe genug sei und ob es nicht etwa in die Küche zurückgeschickt werden sollte. Er war befriedigt, und Mutter und Schwester, die gespannt zugesehen hatten, begannen aufatmend zu lächeln. Die Familie selbst saß in der Küche. Trotzdem kam der Vater, ehe er in die Küche ginge, dieses Zimmer herein und machte mit einer einzigen Verbeugung die Kappe in der Hand, einen Rundgang und den Tisch. Die Zimmerherren erhoben sich sämtlich und murmelten etwas in ihre Bärte. Als sie dann allein waren, aßen sie fast unter vollkommenem Stillschweigen. Sonderbar schien es, Gregor, daß man aus allen mannigfachen Geräuschen des Essens immer wieder ihre kauenden Zähne heraushörte, als ob damit Gregor gezeigt werden sollte, daß man Zähne brauche, um zu essen, und daß man auch mit den schönsten zahnlosen Kiefern nichts ausrichten könne. »Ich habe ja Appetit«, sagte sich Gregor sorgenvoll, »aber nicht auf diese Dinge, wie sich diese Zimmerherren nähren, und ich komme um.« Gerade an diesem Abend – Gregor erinnerte sich nicht, während der ganzen Zeit die Violine gehört zu haben – ertönte sie von der Küche her. Die Zimmerherren hatten schon ihr Nachtmahl beendet, der Mittlere hatte eine Zeitung hervorgezogen, den zwei anderen je ein Blatt gegeben, und nun lasen sie zurückgelehnt und rauchten. Als die Violine zu spielen begann, wurden sie aufmerksam, erhoben sich und gingen auf den Fußspitzen zur Vorzimmertür, in der sie aneinander gedrängt stehen blieben. Man musste sie von der Küche aus gehört haben, denn der Vater rief, »ist den Herren das Spiel vielleicht unangenehm ist, kann sofort eingestellt werden.« »Im Gegenteil«, sagte der Mittlere der Herren, »möchte das Vorlein nicht zu uns hereinkommen und hier im Zimmer spielen, wo es doch viel bequemer und gemütlicher ist?« »O bitte«, rief der Vater, als sei er der Violinspieler. Die Herren traten ins Zimmer zurück und warteten. Bald kam der Vater mit dem Notenpult, die Mutter mit den Noten und die Schwester mit der Violine. Die Schwester bereitete alles ruhig zum Spiele vor. Die Eltern, die niemals früher Zimmer vermietet hatten und deshalb die Höflichkeit gegen die Zimmerherren übertrieben, wagten gar nicht, sich auf ihre eigenen Sessel zu setzen. Der Vater lehnte an der Tür, die rechte Hand zwischen zwei Knöpfe des geschlossenen Livrerocks gesteckt, die Mutter aber erhielt von einem Herren einen Sessel angeboten und saß, da sie den Sessel dort ließ, wohin der Herr zufällig gestellt hatte, abseits in einem Winkel. Die Schwester begann zu spielen. Vater und Mutter verfolgten jeder von seiner Seite aufmerksam die Bewegungen ihrer Hände. Gregor hatte von dem Spieler angezogen, sich ein wenig weiter vorgewagt und war schon mit dem Kopf im Wohnzimmer. Er wunderte sich kaum darüber, dass er in letzter Zeit zu wenig Rücksicht auf die Anderen nahm. Früher war diese Rücksichtnahme sein Stolz gewesen, und dabei hätte er gerade jetzt mehr Grund gehabt, sich zu verstecken, denn infolge des Staubes, der in seinem Zimmer überall lag und bei der kleinsten Bewegung umherflog, war auch er ganz staubbedeckt. Fäden, Haare, Speiseüberreste schleppte er auf seinem Rücken und an den Seiten mit sich herum. Seine Gleichgültigkeit gegen alles war viel zu groß, als dass er sich, wie früher mehrmals während des Tages, auf den Rücken gelegt und am Teppich gescheuert hätte, und trotz dieses Zustandes hatte er keine Scheu, ein Stück auf dem makellosen Fußboden des Wohnzimmers vorzurücken. Allerdings achtete auch niemand auf ihn. Die Familie war gänzlich vom Violinspiel in Anspruch genommen. Die Zimmerherren dagegen, die zunächst die Hände in den Hosentaschen, viel zu gestellt hatten, sodass sie alle in die Noten hätten sehen können, was sicher die Schwester stören mußte, zogen sich bald unter halblauten Gesprächen mit gesenkten Köpfen zum Fenster zurück, wo sie, vom Vater besorgt, beobachtet, auch blieben. Es hatte nun wirklich den überdeutlichen Anschein, als wären sie in ihrer Annahme ein schönes oder unterhaltendes Violinspiel zu hören, enttäuscht, hätten die ganze Vorführung wie sie alle aus Nase und Mund den Rauch ihrer Zigarren in die Höhe bliesen, ließ auf große Nervosität schließen. Und doch spielte die Schwester so schön, ihr Gesicht war zur Seite geneigt, prüfend und traurig folgten ihre Blicke den Notenzeilen. Gregor kroch noch ein Stück vorwärts und hielt den Kopf eng an den Boden, um möglicherweise ihren Blicken begegnen zu können. War er ein Tier, der in Musik so ergriff? Ihm war, als zeige sich ihm der Weg zu der ersehnten unbekannten Nahrung. Er war entschlossen, bis zur Schwester vorzudringen, sie im Rock zu zupfen und ihr dadurch anzudeuten, sie möge doch mit ihrer Violine in sein Zimmer kommen. Denn niemand lohnte hier das Spiel so, wie er es lohnen wollte. Er wollte sie nicht mehr aus seinem Zimmer lassen, wenigstens nicht so lange er lebte. Seine Schreckgestalt sollte ihm zum ersten Mal nützlich werden. An allen Türen seines Zimmers wollte er gleichzeitig sein und den Angreifern entgegen fauchen. Die Schwester aber sollte nicht gezwungen, sondern freiwillig bei ihm bleiben. Sie sollte neben ihm auf dem Kanapé sitzen, das Ohr zu ihm herunterneigen und er wollte ihr dann anvertrauen, dass er die feste Absicht gehabt habe, sie auf das Konservatorium zu schicken und dass er dies wenn nicht das Unglück dazwischen gekommen wäre vergangene Weihnachten Weihnachten war doch wohl schon vorüber allen gesagt hätte ohne sich um irgendwelche Widerreden zu kümmern. Nach dieser Erklärung würde die Schwester in Tränen der Rührung ausbrechen und Gregor würde sich bis zu ihrer Achsel erheben und ihren Hals küssen den sie seitdem sie ins Geschäft ging frei ohne Band oder Kragen trug. Herr Samsa rief der mittlere Herr dem Vater zu und zeigte ohne ein weiteres Wort zu verlieren mit dem Zeigefinger auf den langsam sich vorwärts bewegenden Gregor die Violine verstummte der mittlere Zimmerherr lächelte erst einmal Kopfschüttel seinen Freunden zu und sah dann wieder auf Gregor hin der Vater schien es für nötiger zu halten statt Gregor zu vertreiben vorerst ausgeregt waren und Gregor sie mehr als das Violinspiel zu unterhalten schien er eilte zu ihnen und suchte sie mit ausgebreiteten Armen in ihr Zimmer zu drängen und gleichzeitig mit seinem Körper ihnen den Ausblick auf Gregor zu nehmen sie wurden nun tatsächlich ein wenig böse man wusste nicht mehr ob über das benehmen des Vaters oder über die ihnen jetzt aufgehende Erkenntnis ohne es zu wissen einen solchen Zimmernachbar wie Gregor besessen zu haben sie verlangten vom Vater Erklärungen hoben ihrerseits die Arme zupften unruhig an ihren Bärten und wischen nur langsam gegen ihr Zimmer zurück inzwischen hatte die Schwester die Verlorenheit in die sie nach dem plötzlich abgebrochenen Spiel verfallen war überwunden hatte sich nachdem sie eine Zeit lang in den lässig hängenden Händen Violine und Bogen gehalten hatte und weiter als spiele sie noch in die Noten gesehen mit einem Male aufgerafft hatte das Instrument auf den Schoß der Mutter gelegt die in Atembeschwerden mit heftig arbeitenden Lungen noch auf ihrem Sessel saß und war in das Nebenzimmer gelaufen dem sich die Zimmerherren unter dem drängen des Vaters schon schneller näherten man sah wie unter den geübten Händen heraus Der Vater schien wieder von seinem Eigensinn derartig ergriffen dass er jeden Respekt vergaß den er seinen Mietern immerhin schuldete Er drängte nur und drängte bis schon in der Tür des Zimmers der mittlere der Herren donnernd mit dem Fuß aufstapfte und dadurch den Vater zum stehen brachte Ich erkläre hiermit sagte er hob die Hand und suchte mit den Blicken auch die Mutter und zu entschlossen auf den Boden Mein Zimmer augenblicklich kündige Ich werde natürlich auch für die Tage die ich hier gewohnt habe nicht das geringste bezahlen Dagegen werde ich es mir noch überlegen ob ich nicht mit irgendwelchen glauben sie mir sehr leicht zu begründenden Forderungen gegen sie auftreten werde Er schwieg und sah gerade vor sich hin als erwarte er etwas Tatsächlich fielen sofort seine zwei Freunde mit den Worten ein Auch wir kündigen augenblicklich Darauf fasste er die Türklinke und schloss mit einem Krach die Tür Der Vater wankte mit tastenden Händen zu seinem Sessel und ließ sich in ihn fallen Er sah aus als streckte er sich zu seinem gewöhnlichen Abendschläfchen aber das starke Nicken seines wie haltlosen Kopfes zeigte dass er ganz und gar nicht schlief Gregor war die ganze Zeit still auf dem Platz gelegen auf dem ihn die Zimmerherren ertappt hatten die Enttäuschung über das Misslingen seines Plans vielleicht aber auch die durch das viele hungern verursachte Schwäche machten es ihm unmöglich sich zu bewegen er fürchtete in einer gewissen Bestimmtheit schon für den nächsten Augenblick einen allgemeinen über ihn sich entladenen Zusammensturz und wartete nicht einmal die Violine schreckte ihn auf die unter den zitternden Fingern der Mutter hervor ihr vom Schoße fiel und einen hallenden Ton von sich gab liebe Eltern sagte die Schwester und schlug zur Einleitung mit der Hand auf den Tisch so geht es nicht weiter wenn ihr das vielleicht nicht einseht ich sehe es ein ich will vor diesem Untier nicht den Namen meines Bruders aussprechen und sage daher bloß wir müssen versuchen es loszuwerden wir haben das menschenmögliche versucht das zu pflegen und zu dulden ich glaube es kann uns niemand den geringsten Vorwurf machen sie hat tausendmal recht sagte der Vater für sich die Mutter die noch immer nicht genug Atem finden konnte finge die vorgehaltene Hand mit einem irrsinnigen Ausdruck der Augen dumpf zu husten an die Schwester eilte zur Mutter und hielte die Stirn der Vater schien durch die Worte der Schwester auf bestimmtere Gedanken gebracht zu sein hatte sich aufrecht gesetzt spielte mit seiner Dienermütze zwischen den Tellern die noch vom Nachtmal der Zimmerherren her auf dem Tisch lagen und sah bisweilen auf den stillen Gregor hin wir müssen es loszuwerden suchen sagte die Schwester nun ausschließlich zum Vater denn die Mutter hörte in ihrem Husten nichts es bringt euch noch beide um ich wie wir alle kann man nicht noch zu Hause diese ewige Quälerei ertragen ich kann es auch nicht mehr und sie brach so heftig in Weinen aus dass ihre Tränen auf das Gesicht der Mutter niederflossen von dem sie sie mit mechanischen Handbewegungen wischte Kind sagte der Vater mitleidig und mit auffallendem Verständnis was sollen wir aber tun die Schwester zuckte nur die Weinens im Gegensatz zu ihrer früheren Sicherheit ergriffen hatte wenn er uns verstünde sagte der Vater halb fragend die Schwester schüttelte aus dem Weinen heraus heftig die Hand zum Zeichen daß daran nicht zu denken sei wenn er uns verstünde wiederholte der Vater und nahm durch schließende Augen die Überzeugung der Schwester von der Unmöglichkeit dessen in sich auf dann wäre vielleicht ein Übereinkommen mit ihm möglich aber so weg muss es rief die Schwester das ist das einzige Mittel Vater du musst bloß den Gedanken loszuwerden versuchen dass es Gregor ist dass wir es so lange geglaubt haben das ist ja unser eigentliches Unglück aber wie kann es denn Gregor sein wenn es Gregor wäre er hätte längst eingesehen dass ein Zusammenleben von Menschen mit einem solchen Tier nicht möglich Leben und sein Andenken in Ehren halten so aber verfolgt uns dieses Tier vertreibt die Zimmerherren will offenbar die ganze Wohnung einnehmen und uns auf der Gasse übernachten lassen sieh nur Vater schrie sie plötzlich auf er fängt schon wieder an und in einem für Gregor gänzlich unverständlichen Schrecken verließ die Schwester sogar die Mutter stieß sich förmlich von ihrem Sessel ab als wollte sie lieber auch aufstand und die Arme wie zum Schutze der Schwester vor ihr halb erhob aber Gregor fiel es doch gar nicht ein irgendjemandem und gar seiner Schwester Angst machen zu wollen er hatte bloß angefangen sich umzudrehen um in sein Zimmer zurück zu wandern und das nahm sich allerdings auffallend aus da er infolge seines leidenden Zustandes bei den schwierigen Umdrehungen mit seinem Kopfe nachhelfen musste den er hierbei viele Male hob und gegen den Boden schlug er hielt inne und sah sich um seine gute Absicht schien erkannt worden zu sein es war nur ein augenblicklich erschrecken gewesen nun sahen ihn alle schweigend und traurig an die Mutter lag die Beine ausgestreckt und aneinander gedrückt in ihrem Sessel die Augen fielen ihr vor Ermattung fast zu der Vater und die Schwester saßen nebeneinander die Schwester hatte ihre Hand um des Vaters Hals gelegt nun darf ich mich schon vielleicht umdrehen dachte Gregor und begann seine Arbeit wieder er konnte das schnaufen der Anstrengung nicht unterdrücken und musste auch hier und da ausruhen im übrigen drängte ihn auch niemand es war alles ihm selbst überlassen als er die Umdrehung vollendet hatte fing er sofort an gerade aus zurück zu wandern er staunte über die große Entfernung die ihn von seinem Zimmer trennte und begriff gar nicht wie er bei seiner Schwäche vor kurzer Zeit den gleichen Weg fast ohne es zu merken zurückgelegt hatte immerfort nur auf rasches kriechen bedacht achtete er kaum darauf dass kein Wort kein Ausruf seiner Familie entstörte erst als er schon in ändert hatte nur die Schwester war aufgestanden sein letzter Blick streifte die Mutter die nun völlig eingeschlafen war kaum war er innerhalb seines Zimmers wurde die Tür eiligst zugedrückt festgeriegelt und versperrt über den plötzlichen Lärm hinter sich erschrak Gregor so dass ihm die Beinchen einknickten es war die Schwester die sich so beeilterte aufrecht war sie schon da gestanden und hatte sich war sie dann vorwärts gesprungen Gregor hatte sie gar nicht kommen hören und ein endlich rief sie den Eltern zu während sie den Schlüssel im Schloss umdrehte Und jetzt fragte sich Gregor und sah sich im Dunkeln um Er machte bald die Entdeckung dass er sich nun überhaupt nicht mehr rühren konnte Er wunderte sich darüber nicht Eher kam es ihm unnatürlich vor dass er sich bis jetzt tatsächlich mit diesen dünnen Beinchen hatte fortbewegen können Im übrigen fühlte er sich verhältnismäßig behaglich er hatte zwar schmerzen im ganzen Leib aber ihm war als würden sie allmählich schwächer und schwächer und würden schließlich ganz vergehen Den verfaulten Apfel in seinem Rücken und die entzündete Umgebung die ganz von weichem Staub bedeckt waren spürte er schon war womöglich noch entschiedener als die seiner Schwester In diesem Zustand leeren und friedlichen Nachdenkens blieb er bis die Turmuhr die dritte Morgenstunde schlug Den Anfang des allgemeinen Hellerwerdens draußen vor dem Fenster erlebte er noch Dann sank sein Kopf ohne seinen Willen gänzlich nieder und aus seinen Nüstern strömte sein letzter Atem schwach hervor Als am frühen Morgen die Bedienerin kam vor lauter Kraft und Eile schlug sie wie oft man sie auch schon gebeten hatte das zu vermeiden alle Türen derartig zu dass in der ganzen Wohnung von ihrem kommen an kein ruhiger Schlaf mehr möglich war fand sie bei ihrem gewöhnlichen kurzen Besuch an Gregor zuerst nichts Besonderes Sie dachte er liege absichtlich so unbeweglich lichter und spiele den beleidigten Sie traute ihm allen möglichen Verstand zu Weil sie zufällig den langen Besen in der Hand hielt suchte sie mit ihm Gregor von der Tür aus zu kitzeln Als sich auch da kein Erfolg zeigte wurde sie ärgerlich und stieß ein wenig in Gregor hinein und erst als sie ihn ohne jeden Widerstand von seinem Platze geschoben hatte wurde sie aufmerksam Als sie bald den wahren Sachverhalt erkannte machte sie große Augen Pfiff vor sich hin hielt sich aber nicht lange auf sondern riß die Tür des Schlafzimmers auf und rief mit lauter Stimme in das Dunkel hinein Sehen Sie nur mal an es ist krepiert da liegt ganz und gar krepiert Das Ehepaar Samsa saß im Ehebett aufrecht da und hatte zu tun um den Schrecken über die Bedienerin zu verwinden ehe es dazu kam ihre Meldung aufzufassen Dann aber stiegen Herr und Frau Samsa jeder auf seiner Seite eiligst aus dem Bett Herr Samsa warf die Decke über seine Schultern Frau Samsa kam nur im Nachthemd davor So traten sie in Gregors Zimmer Inzwischen hatte sich auch die Tür des Wohnzimmers geöffnet in dem Grete seit dem Einzug der Zimmer Herren schlief Sie war völlig angezogen als hätte sie gar nicht geschlafen Auch ihr bleiches Gesicht schien das zu beweisen Tod sagte Frau Samsa und sah Fragen zur Bedienerin auf trotzdem sie doch alles selbst prüfen und sogar ohne Prüfung erkennen konnte Das will ich meinen sagte die Bedienerin und stieß zum Beweis Gregors Leiche mit dem Besen zurückhalten tat es aber nicht Nun sagte Herr Samsa jetzt können wir Gott danken Er bekreuzigte sich und die drei Frauen folgten seinem Beispiel Grete die kein Auge von der Leiche wendete sagte Seht nur wie mager er war So wie die Speisen hereinkamen sind sie wieder hinaus gekommen Tatsächlich war Gregors Körper vollständig flach und trocken Man erkannte das eigentlich erst jetzt da er nicht mehr von den Beinchen gehoben war und auch sonst nichts den Blick ablenkte Komm Greta auf ein Weilchen zu uns herein sagte Frau Samsa mit einem wehmütigen Lächeln und Grete ging nicht ohne nach der Leiche zurück zu sehen hinter den Eltern in das Schlafzimmer Die Bedienerin schloß die Tür und öffnete gänzlich das Fenster Trotz des frühen Morgens war der frischen Luft schon etwas Lauigkeit beigemischt Es war eben schon Ende März Aus ihrem Zimmer traten die drei Zimmerherren und sahen sich erstaunt nach ihrem Frühstück um Man hatte sie vergessen Wo ist das Frühstück fragte der Mittlere der Herren Mürrisch die Bedienerin Dieser aber legte den Finger an den Mund und winkte dann hastig und schweigend den Herren zu Sie möchten in Gregors Zimmer kommen Sie kamen auch und standen dann die Hände in den Taschen ihrer etwas abgenützten Röckchen in dem nun schon ganz hellen Zimmer um Gregors Leiche herum Da öffnete sich die Tür des Schlafzimmers und Herr Samsa erschien in seiner Livree in einem Arm seine Frau am anderen seine Tochter Alle waren ein wenig verweint Grete drückte bisweilen ihr Gesicht in den Arm des Vaters Verlassen Sie sofort meine Wohnung sagte Herr Samsa und zeigte auf die Tür ohne die Frauen von sich zu lassen Wie meinen Sie das sagte der mittlere der Herren etwas bestürzt und lächelte süßlich Die zwei anderen hielten die Hände auf dem Rücken und rieben sie ununterbrochen aneinander wie in freudiger Erwartung eines großen Streits der aber für sie günstig ausfallen musste Ich meine auf den Zimmer Herrn zu Dieser stand zuerst still da und sah zu Boden als ob sich die Dinge in seinem Kopf zu einer neuen Ordnung zusammenstellten Dann gehen wir also sagte er dann und sah zu Herrn Samsa auf als verlangte er in einer plötzlich ihn überkommenden Demut sogar für diesen Entschluß eine neue Genehmigung Herr Samsa nickte ihm bloß mehrmals kurz mit großen Augen zu Daraufhin ging der Herr tatsächlich sofort mit langen Schritten ins Vorzimmer Seine beiden Freunde hatten schon ein Weilchen lang mit ganz ruhigen Händen aufgehorcht und hüpften ihm jetzt geradezu nach wie in Angst Herr Samsa könnte vor ihnen ins Vorzimmer eintreten und die Verbindung mit ihrem Führer stören Im Vorzimmer nahmen alle drei die Hüte vom Kleiderrechen zogen ihre Stöcke aus dem Stockbehälter gegründeten Misstrauen trat Herr Samsa mit den zwei Frauen auf den Vorplatz hinaus An das Geländer gelehnt sahen sie zu wie die drei Herren zwar langsam aber ständig die lange Treppe hinunter stiegen in jedem Stockwerk in einer bestimmten Biegung des Treppenhauses verschwanden und nach ein paar Augenblicken wieder hervorkamen Je tiefer sie gelangten desto mehr verlor sich das Interesse der Familie Samsa für sie und dass ihnen entgegen und dann hoch über sie hinweg ein Fleischer Geselle mit der Trage auf dem Kopf in stolzer Haltung heraufstieg verließ bald Herr Samsa mit den Frauen das Geländer und alle kehrten wie erleichtert in ihre Wohnung zurück sie beschlossen den heutigen Tag zum Ausruhen und Spazierengehen zu verwenden sie hatten diese Arbeitsunterbrechung nicht nur verdient sie brauchten sie sogar unbedingt und so setzten sie sich zum Tisch und schrieben drei Entschuldigungsbriefe Herr Samsa an seine Direktion Frau Samsa an ihren Auftraggeber und Grete an ihren Prinzipal Während des Schreibens kam die Bedienerin herein um zu sagen dass sie fortgehe denn ihre Morgenarbeit sei beendet die drei Schreibenden nickten zuerst bloß ohne aufzuschauen erst als die Bedienerin sich immer noch nicht entfernen wollte sah man ärgerlich auf Nun fragte Herr Samsa die Bedienerin stand lächelnd in der Tür als habe sie der Familie ein großes Glück zu melden werde es aber nur dann tun wenn sie gründlich ausgefragt werde die fast aufrechte kleine Straußfeder auf ihrem Hut über die sich Herr Samsa schon während ihrer ganzen Dienstzeit ärgerte schwankte leicht nach allen Richtungen also was wollen sie eigentlich fragte Frau Samsa vor welcher die Bedienerin noch am meisten Respekt hatte ja antwortete die Bedienerin und konnte vor freundlichem Lachen nicht gleich weiterreden also darüber wie das Zeug von nebenan weggeschafft werden soll müssen sie sich keine Sorge machen es ist schon in Ordnung Frau Samsa und Grete beugten sich zu ihren Briefen nieder als wollten sie weiterschreiben Herr Samsa welcher merkte dass die Bedienerin nun alles ausführlich zu beschreiben anfangen wollte wehrte dies mit ausgestreckter Hand entschieden ab da sie aber nicht erzählen durfte erinnerte sie sich an die große Eile die sie hatte rief offenbar beleidigt adjes allseits drehte sich wild um und verließ unter fürchterlichem Türe zuschlagen die Wohnung abends wird sie entlassen sagte Herr Samsa bekam aber weder von seiner Frau noch von seiner Tochter eine Antwort denn die Bedienerin schien ihre kaum gewonnene Ruhe wieder gestört zu haben sie erhoben sich gingen zum Fenster und blieben dort sich umschlungen haltend Herr Samsa drehte sich in seinem Sessel nach ihnen um und beobachtete sie still an Weichen dann rief er also kommt doch her lasst schon endlich die alten Sachen und nehmt auch ein wenig Rücksicht auf mich gleich folgten ihm die Frauen eilten zu ihm liebkosten ihn und beendeten rasch ihre Briefe dann verließen alle drei gemeinschaftlich die Wohnung was sie schon seit Monaten nicht getan hatten und fuhren mit der elektrischen ins Freie vor die Stadt der Wagen in dem sie allein saßen war ganz von warmer Sonne durch Schienen sie besprachen bequem auf ihren Sitzen zurückgelehnt die Aussichten für die Zukunft und es fand sich dass diese bei näherer Betrachtung durchaus nicht schlecht waren denn aller drei Anstellungen waren worüber sie einander eigentlich noch gar nicht ausgefragt hatten überaus günstig und besonders für später vielversprechend die größte augenblickliche Besserung der Lage musste sich natürlich leicht durch einen Wohnungswechsel ergeben sie wollten nun eine kleinere und billigere aber besser gelegene und überhaupt praktischere Wohnung nehmen als es die jetzige noch von Gregor ausgesuchte war während sie sich so unterhielten fiel es Herrn und Frau Samsa im Anblick ihrer immer lebhafter werdenden Tochter fast gleichzeitig ein wie sie in der letzten Zeit trotz aller Plage die ihre Wangen bleich gemacht hatte zu einem schönen und üppigen Mädchen aufgeblüht war stiller werdend und fast unbewusst durch Blicke sich verständigend dachten sie daran dass es nun Zeit sein werde auch einen braven Mann für sie zu suchen und es war ihnen wie eine Bestätigung ihrer neuen Träume und guten Absichten als am Ende ihrer Fahrt die Tochter als erste sich erhob und ihren jungen Körper dehnte